Auf euer Ausleihkonto könnt ihr über unsere Webseite oder JustFind leicht zugreifen und so den Überblick über eure Entleihungen, Vormerkungen und persönlichen Daten behalten und zum Beispiel Medien verlängern. Zur Nutzung des Ausleihkontos benötigt ihr eure Chipkarten oder Leseausweisnummer und ein Passwort. Wie ihr euch das Passwort setzt, haben wir euch schon im Video Leseausweis und Ausleihpasswort gezeigt. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Nun könnt ihr euch über den Menüpunkt Ihr Ausleihkonto einloggen. Nach der Anmeldung könnt ihr ausgeliehene Medien verlängern, den Status von Magazinbestellungen und Vormerkungen prüfen, eure Fernleihdaten einsehen, falls vorhanden eure Mahngebühren einsehen, eure persönlichen Daten prüfen und zum Beispiel euer Passwort ändern, gespeicherte Suchanfragen verwalten, sowie in JustFind angelegte Merklisten betrachten und diese zum Beispiel nach Citavi exportieren. Weitere Informationen zum Ausleihkonto, zum Beispiel Verlängerungs- oder Rückgabefristen, findet ihr auf unserer Webseite, auf unserem YouTube-Kanal und in der Videobeschreibung.